Migrierende Substanzen sind Stoffe, die aus Lebensmittelkontaktmaterialien in das Lebensmittel migrieren können. Lebensmittelkontaktmaterialien sind so offensichtliche Dinge wie Messer, Gabel, Besteck, Geschirr, Kartonumverpackungen oder PET-Flaschen. Aber es zählen auch nicht so offensichtliche Dinge dazu, wie zum Beispiel Transportbänder, Schläuche, Leitungen oder Stiegen. Das heißt, von dem Begriff ist eigentlich alles abgedeckt von der Produktion bis zur Zubereitung und Verzehr. Grundsätzlich gibt es viele Lebensmittelkontaktmaterialien, so wie zum Beispiel Kunststoff, Papier, Glas, Keramik, Silikon und viele mehr. Und da es so viele Materialien gibt, kann es prinzipiell auch eben viele Substanzen geben, die sich daraus lösen können. Grundsätzlich kann die Migration von Substanzen aus Lebensmittelkontaktmaterialien von verschiedenen Faktoren bestimmt sein. Dazu zählt zum allerersten das Lebensmittelkontaktmaterial, um das es sich handelt, dann das Lebensmittel. Je nachdem ist es sauer, dann kann sich zum Beispiel unter Umständen mehr herauslösen, als wenn ich ein neutrales Lebensmittel habe. Und dann kommen auch noch die Bedingungen des Kontakts hinzu. Also wenn ich zum Beispiel etwas bei heißen Temperaturen zubereite, kann das auch nochmal ein Faktor sein, der eine Migration von Substanzen begünstigt. Als Verbraucher oder Verbraucherin habe ich auf jeden Fall in meiner Hand das Risiko von migrierenden Substanzen zu minimieren, wenn ich Lebensmittelkontaktmaterialien gemäß ihres bestimmungsgemäßen Gebrauchs verwende. Ein Beispiel für ein Lebensmittelkontaktmaterial wäre die Plastik- oder Kunststoffverpackung von Knödeln oder Reis. Wenn man diese entsprechend der Packungsanleitung benutzt, wäre das auch ein bestimmungsgemäßer Gebrauch und somit würde keine Gefährdung für Verbraucher oder Verbraucherinnen entstehen. Dann gibt es aber eben auch sogenannten nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch. Das heißt konkret, dass zum Beispiel Melamin-Geschirr nicht in die Mikrowelle gestellt werden sollte, weil es sich eben bei hohen Temperaturen zersetzt. Dann kann man noch von dem sogenannten nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch auf den Gebrauch von Gegenständen gehen, die gar nicht für den Lebensmittelkontakt geeignet sind. Das sind dann zum Beispiel Blumentöpfe, die dafür verwendet werden, Kuchen zu backen. Das ist kein bestimmungsgemäßer Gebrauch und das kann dann auch zu dem ungewollten Übergang von gesundheitsrelevanten Substanzen führen. Im Fall von Silikon gibt es zum Beispiel auf der einen Seite Muffinförmchen oder Schneebesen, die für den Lebensmittelkontakt ausgelegt sind. Und dann gibt es aber eben auch sogenannte Fidget Toys zum Beispiel, die nicht für den Lebensmittelkontakt vorgesehen sind, weil sie einfach nicht für hohe Temperaturen wie zum Beispiel im Backofen ausgelegt sind. Wichtig in dem Zusammenhang sind Gebrauchs- oder sogar Warnhinweise von Herstellern, die bei Lebensmittelkontaktmaterialien unbedingt ernst genommen werden sollten. Bei Sachen, die noch nicht im Kontakt sind, wie zum Beispiel einen Suppenlöffel oder einen Wasserkocher, kommen entweder mit dem Messergabelsymbol, das darauf hinweist, dass das ein Gegenstand ist, der für den Lebensmittelkontakt bestimmt ist, oder eben mit Herstellerhinweisen, die irgendwo deutlich erkennlich sind. Bei weiteren Hinweisen gibt es zum Beispiel diese kleinen Symbole für Mikrowelle oder auch Tiefkühl. Sollte das durchgestrichen sein, ist eben deutlich die Nicht-Eignung für die Mikrowelle gekennzeichnet und dementsprechend sollte das nicht für die Mikrowelle verwendet werden. Grundsätzlich ist die Migration von Substanzen aus Lebensmittelkontaktmaterialien unerwünscht. Es gibt aber auch die Fälle, wo die Migration erwünscht ist, wie zum Beispiel bei der Fasslagerung von Wein oder Whisky. Da trägt die Migration wesentlich für das Aroma des Weins oder des Whisky bei und ist erwünscht. Das Bundesinstitut für Risikobewertung kümmert sich um die Risikobewertung von Stoffen, die aus den Lebensmittelkontaktmaterialien migrieren können. Die Empfehlungen des Bundesinstituts für Risikobewertung bezüglich verschiedener Kontaktmaterialien wie Silikon, Gummi und Papier sind tatsächlich inzwischen schon weltweit relevant, was sich darin zeigt, dass wir aus vielen, vielen Ländern Anfragen von Herstellern bekommen. Lebensmittelkontaktmaterialien müssen sicher sein, damit die Lebensmittel kein Risiko darstellen. Grundsätzlich ist europaweit geregelt, dass solche Substanzen nur in Mengen übertreten dürfen, die die menschliche Gesundheit nicht gefährden. Grenzwerte, die existieren für bestimmte Substanzen, die migrieren können, sind grundsätzlich sehr sicher angesetzt. Also da sind Puffer mit einberechnet, sodass auch grundsätzlich die tägliche Zubereitung und der tägliche Verzehr ein Leben lang mit abgedeckt sind. In der Bevölkerung herrschen teilweise große Bedenken bei diesem Thema und was die Sicherheit angeht, aber bei Lebensmittelkontaktmaterialien kann man ganz grundsätzlich sagen, dass wenig Anlass zur Sorge besteht, wenn diese bestimmungsgemäß verwendet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017